So, und dann sind wir wieder zurück zu Fiesta Online. Was hast du denn gerade so gelacht? Echt? Wegen dir. Hm, weil du mich mental wie viel hast. Mhm, natürlich. Natürlich sagt sie. Hört sich so. Hm, ja, ja, nee, ist klar. Du quälst mich auch ständig. Gut, das Viecher brauche ich auch. Den rasenden Käbing. Ja, schnacken wir. Seid glücklich. Oh, und wieder nicht genug Inventarplatz. Oh, was brauchst du denn? Soll ich erst mal aufnehmen? Nein! Wo ist es denn hin? Da. Genau, tu mal, was wäre dein Geld? Was für Geld? Ja, du kriegst doch hier im Spiel Geld. Nur mal wieder. Ja. Sie ist da. Genau. Ja. Und? Ich krieg sie so Geld. Sie ist da. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh, was ist denn mit dem Wasser los? Und das Späge. Nein, 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 nein. Da gehe ich nicht durch. Da musst du aber durch. ich versuche hier rüber zu hüpfen. Toll, voll rein. Das war nicht nett. Jetzt mal zockt man mit Europax. Ich zocke mit Europax. Was, wieso? Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe da so Unstimmigkeiten im Headset. Du wirst garantiert nicht mit Europax zocken. Das weißt du gar nicht. Oh doch, das höre ich. Da merke ich in dem Fall, weil du dann noch tauber bist als daneben schon. Was? Ja, genau. Was? Ja. Genau das. Da muss ich mal den einen Auge gehen fragen, ob der noch welche hat. Ich habe welche. Du bist aber nicht ein Auge. Nö. Nö. Na siehst du. Aber ich habe dennoch welche. Das willst du nicht mehr damit. Ja. Dann höre ich dich nicht mehr. Obacht der ist hart. Bitte. Pudigkeitszufangen. Ja. Der sieht auch ganz grün aus. Der sieht auch ganz grün aus. Der ist bestimmt nicht gut. Den habe ich auch gerade vergiftet. Achso. Oh. Dann bin ich auch schlecht drauf. Ja. Periödischer Giftschaden. Das ist auch ein Wort, ey. So. Fühlst du dich eigentlich ein bisschen scheiße, wenn du deine Gegner anstatt auch noch vergiftest? Nö, wieso? Ja. Ich meine, es reicht doch schon, wenn du sie kaputt machst. Dann musst du sie davor noch vergiften. Ja. Achso. Ähm. Warte. Wir können jetzt einmal nach rumen, falls du da noch eine Schluftschrau dazu hast. Ähm. Ja. Gut. Ah, du wolltest ja zum Friseur. Ja, zum Friseur. Friseur. Vorher muss ich natürlich noch ein bisschen was in mein Lager packen, damit ich mir meinen Schönheitscoupon mal reinpacken kann. Ja. Ganz, ganz früher war das schon als Optiker hier vorne. Also hier am Marktplatz. Ja, steht ja aber leider nicht mehr. Ja. Das ist ja eine ganz tolle Geschichte. Äh, guck, dass der Coupon nicht abgelaufen ist. Ne, habe ich ja gerade erst gekauft. Achso. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, erstmal, wie gesagt, muss ich hier Sachen ins Lager packen, ne? Achso, das ist noch gar nicht Intruse. Achso. Sag mal, hörst du mir überhaupt zu, wenn ich mit dir rede? Ja, du hast gesagt, du musst erst Sachen ins Lager packen. Ja, siehste. Also. Ja. Was glaubst du, wo ich hier bin? Wenn ich ja erst Sachen ins Lager packen muss. Eine Intruseur. Ach, guck. Ich setze dich mal kurz hin. Du, der kann zwar ganz... Natürlich nicht. Achso, ich kann hier auch mal... Alter, wie fies ist das denn? Ey, da baumelt ja ein Hai dran. Was ist das? Das macht man doch nicht, ey. Oh, das kommt mir jetzt dran. Und beim Eins zahlen. Oh ne, oder? Der Armerei. Da kommt man in Achtung. Das Spiel... Ey, das ist doch für Jüngere geeignet. Boah, wie brutal. Stell dir den nicht so künstlich an. Das macht man nicht, hallo. Das ist einfach so... Augen und Leben gewesen. So schön als Coupon. Luxus. Oh Gott. Huch, sie ist weg. Gott sei Dank. Mann, Mann, Mann. Achso, warte mal. Ähm. Oh, ach Mist. Jetzt bin ich komplett einmal rausgegangen. Geh einmal rein. Geh jetzt aus dem Spiel oder was? Ja, nur vom... Ja, also ich bin im... Charaktermenü wieder gelandet. Achso. So. Da bin ich wieder. Ähm. Okay, das wird erst verwendet, wenn ich... das Ding gemacht habe. Okay. Bist du schon wieder weg? Ja, weil ich ja noch nichts geändert habe. Also. Äh. Gesicht. Wie ändern wir denn einmal das... Gesicht? Also wir haben hier einmal die ganzen Standardsachen. Oh Gott. Ein Wasserkopf. Kann ich mich da nicht schneller durchschalten? Ne, leider nicht. Was gucken... Äh. Was ist denn bei den Luxusdingern hier? Ach, du grüne Neune. Ach, du grüne Neune. Warum nicht? Das passende dabei. Das ist gerade alles furchtbar, was ich hier sehe. Komm. Mach mal. Oh. Ein... Ein weinendes Gesicht. Oh, das ist... Das ist cool. Ja, das... Das will ich. So. Ähm. Dann einmal Frisur. Was haben wir denn da? So, ja. Das sind die Standardfrisuren. Okay. Okay. Ja. Gut, was es hier nicht alles an Frisuren gibt. Hm. Hihihi. Hihihi. Oh, das ist meine Lieblingsfrisur. Das hier sieht etwas sehr seltsam aus. Oh, Bommel. Bömmelchen. Bömmelchen. Hat sie das gerade völlig gesagt? Ja. Ach, du grüne Neune. Sprichmännchen. Ich lehne mich erst mal einen Sponsor. Okay, ich glaube, die Frise nehme ich. Uh, und welche Haarfarben? Okay, das sind die Standardhaarfarben. Violett, lila, grau, lime. Und... Ich will ja mal was anderes nehmen, als wie ich eigentlich immer nehme. Aber irgendwie... Irgendwie wird es doch immer dasselbe. So. Jetzt bin ich damit im Minimo unzufrieden. Okay. Äh, ja. Ja. So. Äh. Achso, ja. Jetzt muss ich einmal komplett wieder raus. Und dann bin ich gleich wieder drinnen. Okay. Da bin ich. Da bist du. Jo. Gesicht geändert und Haare geändert. Sehr schön. Ja, ne? Mhm. Und sieht's gut aus. So Prinz Eisenherz. Wollen wir dann? Du kleines Dreckschwein. Nein, warte, 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 warte. Da wird erstmal richtig gucken. Hier, musst du mal gucken. Da ran zoomen. Na. Ah, ziemlich große Augen irgendwie. Ja, das sollen ja auch Anime Augen sein. Ja, ja. Das haben wir schon. Doch, passt. Doch, das, das, das mit dem kleinen Zipfchen, das sieht auch ganz niedlich aus. Geht dann. Okay. Ja. Ähm. Musst du hier irgendwas abgeben? Irgendwas machen? Ja, nein, vielleicht. Äh. Ich kann, ach ja, ich kann ja mal einfach vergessen. Dann gehe ich abgeben. Weil dann gehe ich auch mal ganz kurz was abgeben. Mach das. Mit meinem Rentier. Ja. Ja. Ich habe ja wenigstens drei Tiere. Ups. Was war das denn? Sag mal. Ach so, ja stimmt. Kannst du mir mal mein Krönchen wiedergeben? Was? Mein Gruppenführer-Dasein. Äh. Äh. So. Bitteschön. Danke. Ja. Gerne. Bin ich zufrieden. Na, bleib mich im Moment. Solange bis ich dich wieder sehe. Oh Gott. Weiche von mir. Pss. Das Mal kriegst du das nicht wieder. Hehehe. So schnell erinnere ich auch meine Haare nicht. Wie kann ich denn eigentlich dich als Meisterin wieder auswählen? Ach hallo, hörst du mal auf und profitierst davon, ja? Hm. Wie ich das nicht mehr hören kann, ne? Ehrlich, ey. Äh. Und mir macht das jetzt Spaß. Hm. Mir auch. So, was musst du denn noch machen? Ein Aufgaben. Einiges. Einiges. Ja, dann, dann steht mal los. Äh. Es muss nach Pulsarenkammer, wo ja, da ist einiges zu tun. Mhm. Dann, zum Beispiel, die Nebo-Wahre. Aber das lohnt sich erstmal nicht, da ist nur eins zu machen. Ja, also erstmal Pulsarenkammer. Okay. Also, äh, ich glaube ich muss vorher einmal nach L rennen und muss einmal wegen Zaubern gucken. Mhm. Dann würde ich erstmal das empfehlen. Dann kann ich nämlich gucken, ob ich neue Zaubersprüche und so weiter holen kann. Sehr gut. Was ist das denn für ein Vieh? Weiß ich nicht. Er sah auf jeden Fall süß aus. Möchte ich auch haben. Ich glaube ich ein permanentes Reittier. Es gibt ja nicht immer alle Reittiere. Der von Saison zu Saison unterschiedlich. Von Saison, Saison. 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 Ich bin Taka-Kurzritter. Hallo. Labertaschen. Witz. Hi. Löwchen. So, nach einer ungeplanten Pause geht es jetzt weiter. Ich muss ja einmal noch kurz meine Zauberchen holen und nochmal kurz was abgeben. Musst du mich nicht vorbereiten, wenn du direkt anfängst? Ich dachte, das war logisch. Ja, ich dachte immer wieder. Drei, zwei, einmal Teil. Weißt du, mach ich es nicht, beschwerst du dich. Mach ich es, beschwerst du dich aber auch. Die soll ich jetzt ja, ja. Aber das ist ja jetzt neu, also von daher. So, ich kann ganz schön viele Zauberchen hier kaufen. Mhm. Sehr gut. Und ich merke, dass ich da einiges verpennt habe. So. So. Äh, huch. Was ist das eigentlich, dieses... Ist das von den Flügeln nur, dieses schwarze Wasser bei dir? Ja. Dieser Staub, sag ich mal, dieser Nebel? Ah. Okay. Okay. So. Äh. Nebelweit war's. Was denn? Also, willst du bei dir auch nochmal gucken, ob du neu Zauber hast? Äh. Wo ist denn der Typ? Warte, ich bring dich hin. Ich bring dich hin. Ich bring dich hin. Ich bring dich hin. Ich bring dich um die Ecke. Du bringst mich um? Was? Hast du sogar gesagt, du bringst mich um? Nein. Mh. 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 Was kannst du dir eigentlich? Aber es wird Zauber gekauft. Äh. Ja, nee, nicht verraten. Ich will es selber wissen. Okay. Heilung hast du. Doppelschlag hast du. Mh. Segnung. Dann teilen hast du bald. Will ich sogar schon. Ich weiß nicht, wie der erste Zauber ist. Uh. Und bald kriegst du... Kannst du mich schon kaufen? Nee, kurieren. Hä? Was? Kann ich mir Segnung kaufen schon? Ja, ne? Äh. Ja. Wenn du es nicht schon hast, ja. Nee, hab ich noch nicht. Dann kannst du es ja kaufen. Level 21. Was ist das denn? Kurieren. Nimm mal auch mal mit. Huch. Äh. Und auf der nächsten Seite. Was hast du denn da? Unverwundbarkeit. Ein heiliges Schild macht das sehr kurze Zeit unverwundbar. Wiederherstellung. Level 25. Stellt Lebensenergie des Ziels über einen speziellen Zeitraum wieder her. Das ist cool. Äh. Widerstand das größte Wald. Okay, das dauert noch. Okay. Mit deinem möchtigen Hammerslag. Okay. Mit einem Grund kann ich Segnung, wenn ich jetzt klicke auf die Schriftrolle passiert mal so gar nichts. Warum auch immer. Dann. Ähm. Siehste. Unterrichtet die Kunst der Segnung. Weil Dings habe ich. Kurieren habe ich. Das ist nicht das Problem. Dann hast du es schon. Ist aber nicht in meinem Skillbomb drin. Komplett nicht oder? Komplett nicht. Ich habe Doppelschlag. Heilung. Äh. Wiederbelebung und halt jetzt Kurieren. Aber ich kann dir gerne ein Foto machen. Ich kann es dir gerne zeigen. Ja. Ich warte noch schön drauf. Achso. Entschuldigung. Warte. So. Dann machen wir mal einen Kripser. Zeit. So. Wo bist du denn? Frau. Jetzt hätte ich verschwere deinen Namen gesagt. Da. Na. Sollte wenn möglich nicht passieren. Nein. Es tut mir leid Frau Wöselstern. So. Wenn du mir jetzt noch mal ein Bild von deinem Inventar machst. Und mal bitte auf die Rolle gehen würdest. Wäre das auch noch ganz nett. Aber es ist doch freilich. Das ist. Das ist super. Ja. Oh. Oh. Oh Alter. Hm. Ach. Ah. Ah. Weil du den ersten. Weil du den ersten Spruch nicht hast. Du hast den. Du musst noch nach Ruhm und den allerersten Spruch davon holen. Ach so. Du hast den in Stufe 1 Zauber nicht. Ja, das wusste ich natürlich. Das wusste ich noch nicht. So, ab in den Nebelwald. Nein, wusste ich nicht. Okay. Ich mach's mir heute echt Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab so ein bisschen Schiss. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Alles easy peasy. In the measy. Jetzt weiß ich, dass irgendwas nicht stimmt. Was? Ich hab so viel Zeit mit meinem Brot verbracht. Das ist ein Problem. Was hast du? Ich hab so viel Zeit mit meinem Brot verbracht. Da bist du! Da bist du! Da bist du! Das ist mal eine Tante Ingrid, Mann. Sieht man auch. Jetzt weiß ich, woher du deine Hetzigkeit hast. Ja. Gut, was brauchst du denn hier im Nebelwald? Nebelwald eigentlich nur, äh, Waffe eines, da. Oh, Turm. Und sagen kann man da, da war, wo ich so viel brauche. Okay. Okay. Ja, hätte sein können, dass, äh, du dich unentschieden hast. Aber da ich dich in den Turm muss. Also, oh Gott. Rollen. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Jetzt ist doch los mit dir. Sag mal, das ist mal ernsthaft. Was denn? Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen, rollen. Rollen, rollen. High, 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 high. Und hier brauch ich einiges. High, 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 high. Acht Skelette, sechs Skelett-Sodaten, Skelett-Krieger, Skelett-Bogenschutz. Ja, 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 ja. Ist ja gut. Das schlag mich doch nicht gleich. Entschuldigung. Ich brauche hier auf jeden Fall jetzt ein rasender Kebing. Den hole ich mir einmal, danach kümmern wir uns um deine... ...Biecher. Weil die liegen dann auf dem Wege. Na gut. Wie sie meinen. Vor allem, ich sehe hier gerade im Shedlock, das ist ja wohl Unverschämtheit. Echt? Deine Meisterin Aydaria L.B. hat sich... Äh, Aydaria hat sich eingenommen. Hm, hm, hm. Wer ist denn? Ich glaube, es ist... Ich glaube, es ist Fragel. Ähm, ich bin doch deine... ...Meisterin. Ja, schon. Vielleicht muss ja nicht überall breitgetreten werden. Dane? Nö, nö. Ach so, nö, nö, nö. Nö, nö. Na komm, meine Kleinen. Kommt, putt, 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 putt. Kommt zu Mama. Nein, macht ihr das? Brauchst du hier irgendwas von? Äh, nein. Okay. Dann dürfen sie mir folgen. Das ist nett, dass ich das darf. Kommt, putt, 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 putt. Da müsste was liegen. Der Skelettknochen. Hier hinten. Da. Da. Hier. Ja, 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 danke. Jo. Herz. So. Ich nehm mal, du brauchst noch mehr Skelette, ne? Ja, ich brauch Skelettsoldaten sechs. Skelettkrieger noch drei. Und Skelettbogen schützen noch fünf. Ja, du kannst hier. Alles easy. Alles easy. Alles easy. Huch. Frag mich nicht, was ich da gerade war. Komm, ich bin ein Plabber. Hm, nein, nein, ich will. Das ist. Ja. Das passt schon. Laufig. Das ist gut. Du machst mir heute eh Angst. Also von daher. Ich hinterfragge einfach gar nichts mehr. Ne, ist besser so. Ich weiß. Ach, schön, wenn man jemanden hat, der die ganz einfach platt machen kann, oder? Joa. Das ist praktisch. Das kann ich nicht, äh, abstreiten. Ich meine, als Kleriker ist das für dich gar nicht mal so schlecht. Wärst du jetzt nur an der Klasse? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich profitiere davon. Ich weiß, ich weiß. Das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber. Aber als Kleriker hast du es nicht gerade einfach im Leben. Wärst du eine andere Klasse, dann würde ich das nicht machen. Aber dann, dank so einer tollen Meisterin habe ich es natürlich einfach. Oh. Brich dir da, weil ich das freu. Ich bin ja dankbar, dass du mir dadurch hilfst. Äh, ich brauche noch zwei Höhlenkebinge, dann habe ich es. Okay, die sind da hinten. Die sind da hinten. Hast du denn hier alles? Warte, ich gucke mal in der Pulsar. Wir müssen nie Pulsar in Kammer 2. Warte, es heißt Liviosa, nicht Liviosa. Ja, genau. So, gut, einmal hier das Toren. Ew. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Na, Hauptsache du freust dich. Das ist das Wichtigste. Ich weiß gerade nicht, was los ist. Ich wollte gerade das nicht machen. Ach so. Aber ich bin nicht eingebildet, sehr schön. Na, bis eben schon. Aber was jetzt los ist, das weiß ich nicht. War vielleicht irgendwas in deinen Multivitamins? Ja, nur Kohlensäure. Abgesehen davon? Ne, nur Kohlensäure. Etwas, was du mir vielleicht mitteilen möchtest. Ne, nur Kohlensäure. Na gut. Ich glaube, die haben das. Dann bleibt dir auch nichts anderes übrig. Ja, das stimmt. So, vielleicht schaffe ich es hier noch auf Suche 36. Ich brauche nämlich nicht mehr so viel. Gleich nur noch ein Pünktchen. Äh, auf Suche 33, nicht 36. Ja, ich glaube, 27 schaffe ich noch. So, äh, hier. Das. Ja, das sollte ich tatsächlich. Äh, das. Okay. So, eigentlich ist es. Ja, ne, ich, äh, man partiere. Ah, Level Up. Stimmt. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Echt? Ich muss morgen mal, wenn wir hier weitermachen. Ich brauche mich ja, ich bin. Ich brauche gar keinen Soundtag quasi, also. Das hat so ein paar Höhlengeräusche und, ja. Wilsam. Hier, es geht genauso los wie bei Herdering, äh, wie bei Harry Potter damals. Nee, ich meine, ich glaube, ich könnte das ja jederzeit selber anschauen. Aber ich, mach ich morgen mal, gucke ich morgen mal in Ruhe nach. Ah, warte, hier fehlt Spinnenstachel. Oh, die Spinnenstachel. So, und diese Quest hier möchte ich doch wenigstens nochmal schaffen. Dann mache ich jetzt ausnahmsweise sogar mal überlänger. Einfach nur, damit ich hier... Dann müssen wir dann nämlich morgen nicht mehr rein. Na gut. Wäre hier sowieso ein blöder Zeitpunkt gerade zum, äh, stoppen. Ja, hier auf jeden Fall. Einfach mal ganz abgesehen. Ich hab's aber gleich. Ich hatte dann einfach den Pass, dann haben wir trotzdem vier. Gut, gut. Ich werde das natürlich... So, ich bin morgen, streamst du morgen eigentlich? Äh, eigentlich nicht. Das wäre, wenn dann spontan. Okay. Gut, gut. Ich würde vielleicht auch ein bisschen von dir mit abhängen. Wir? Ja, weil wir ja noch irgendeinen Tag brauchen für Herr der Ringe. So, hallo, stimmt. Die verletzt man eigentlich echt gut. Oder nicht? Ja, doch. Ja. Dieser Hut sieht echt so scheiß und selten mit dir nicht aus, ey. Ja, ne? Ach, aber schön, dass es nicht auffällt. Es war spät als nicht. Huch. Hunde eskaliert schon wieder. Hunde, Hunde, das sehe ich immer. Eigentlich tatsächlich, wenn wirklich nur irgendwas im Haustür ist, aber... So, wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Ich habe sie ja nicht erst erklärt, dann. Wir haben es gleich. Wäldet Cleo eigentlich? Schlägt die eigentlich auf irgendwas an? Ähm... Wenn einer da Kater kotzt. Und wenn sie ihr Spielzeug anbillt. Hamlet ist mit dem Kater, das ist, glaube ich, die Tage erzählt. Ja. So, hier ist sie so toll. Warte mal, Gaston, ich mache mal kurz kurz mein Mikrofon aus. Moment. So, dass jemand hier rufen kann. So, dann gebe ich einfach nochmal die ganzen Sachen ab. Jetzt habe ich erst mal gehört, was das ist. Die, die über mir wohnt, die hat auch so einen kleinen Malteser. Und der Bild, der hat doch nur höhere Tonlage als mein Hund. Und auf so ganz hohe Tonlagen reagiert sie extrem. Wenn sie so ein großer Hund ist, der Bild, das interessiert sie gar nicht. Aber wenn das diese kleine Fußhupe da oben ist... Äh, hast du eine Rolle nach Ruhmen? Ja. Dann einmal benutzt. Falt. Jawohl. Weil dann sind wir nämlich auch durch. Okay. Ab der, jetzt alle Quest, beziehungsweise für die zwei anderen, muss ich noch woanders hin. Und da ich jetzt auch aufs Klo muss, ist das gerade der perfekte Abschluss. Das stimmt. Und, ja. Dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Ich mache dann hier einmal nochmal ganz kurz ein Screenshot, wenn ich das irgendwie hinkriege. Steht dir eigentlich gerade passend da. Ja. So. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss.